Angehen können ist, in den drei großen Klosteruniversitäten, die direkt der tibetischen Regierung unterstehen, wie viele Mönche in diesem Kloster sind und wie viele von ihnen die Stuktenpraxis ausüben. Beispielsweise gibt es in den drei großen Klosteruniversitäten insgesamt eine Anzahl von 7.949 Mönchen. Und laut Informationen unseres Departements für religiöse Angelegenheiten sind von den 7.949 Mönchen praktizieren etwa 666 Mönche noch die Stuktenpraxis aus. Woher haben Sie diese Zahlen? Die Zahlen sind eben, wie ich Ihnen vorhin erwähnte, diese Kloster sind der direkten Kontrolle der Regierung unterstellt. Außerdem subventioniert die Regierung die Klöster. Viele dieser Mönche sind neuankömmliche Flüchtlinge aus Tibet, die von der Regierung mit monatlichen Subventionen unterstützt werden müssen. Aber müssen die angeben, ob sie Stuktengleiche sind oder nicht, wenn sie erfasst werden? Nein, die, zum Beispiel jetzt kürzlich war seine Heiligkeit, seine Heiligkeit Ende Dezember, Anfang Januar in Sera. Das ist auch einer der großen Klösterdibets. Und dort hat er Belehrungen erteilt. Und laut neuesten Informationen sind von den Mönchen in Sera-Kloster, dort sind 3.173 Mönche. Davon sind 150 Mönche den Belehrungen seiner Heiligkeit ferngeblieben. Und das ist dann ein klares Indiz. Wir haben schon eine klare, und diese Mönchgemeinschaften, die üben auch, es ist, in diesem Klöster üben die Mönche in Gemeinschaften die Praxis aus. Bei den Laien ist es eher privat und man kennt, man weiss weniger die genaue Zahl der Praktizierenden. Aber wenn man sagt, es gibt 6 Millionen Tibeter, man sagt, diese Zahl gibt es, wird behauptet von westlichen Schuktenanhängern oder von Lamas, die hier im Westen leben, 1 bis 2 Millionen Schuktenanhänger würde es geben. Halten Sie die Zahl für möglich? Überhaupt nicht möglich, weil es gibt überhaupt keine Volksbefragungen in Tibet, die besagen würden, wie viele Tibeter zu einer der vier haupttibetischen Schulrichtungen gehören. Geschweige denn, wie viele Schukten praktizieren. Das ist so eine unwichtige Frage im ganzen Komplex. Herr Kalf, wir müssen es dahingestellt lassen, in diesem Film, in diesem Polizeibericht wurde ja doch gesagt, dass gewisse Fanatisierungen und, man kann in einem gewissen Sinn sagen, fundamentalistische Strömungen bei dieser Bewegung da sind. Ich möchte doch dann fragen, kann man die alle sozusagen auf die gleiche Stufe stellen, in den gleichen Topf werfen, oder gibt es verschiedene Charakteren oder Kriterien, Kategorien von solchen Schuktenanhängern? Also ich würde durchaus sagen, dass es natürlich hier ein breites Spektrum wahrscheinlich gibt, dass es sicher auch Schukten früher gibt, die ähnlich auch wahrscheinlich wie der Dalai Lama gegen jegliche Gewalt sind. Andererseits muss ich sagen, hat schon eine gewisse, zeichnet häufig eine gewisse Einseitigkeit diese Anhänger aus. Das hängt ja mit dieser Praxis zusammen, die eben es nicht irgendwie erlaubt, dass man gleichzeitig mit der Gelupa-Lehre auch noch eine andere der Schulrichtungen praktiziert. Und der Dalai Lama möchte ja eigentlich darauf hinwirken, dass man sich auch unter den tibetischen Buddhisten nicht nur gegenseitig den Rücken zukehrt, sondern auch wirklich profitiert vom Reichtum der anderen Richtungen. Und da ist diese Bewegung etwas eingleisig. Nun, die Bewegung hat fanatische Züge, so wie wir gesehen haben. Wie erklären Sie sich denn, dass doch sehr führende, intellektuelle Tibeter an dieser Bewegung mitmachen und sie unterstützen und propagieren? Ich glaube, das hat ja sicher damit auch zu tun, dass der bedeutende Lehrer vom Dalai Lama Trichang Rinpoche, den der Dalai Lama übrigens absolut schätzt und nur in diesem Punkt der Schuktenpraxis kritisiert, diese Praxis vertreten hat. Und als Loyalität zu ihm und auch zu seinen Argumenten gibt es natürlich viele, die diese Praxis ausüben. Aber was mich in der letzten Zeit auch sehr interessant gedungt hat, ist, dass immer mehr auch unter diesen intellektuellen und auch fortschrittlichen Lehren sich entschieden haben, öffentlich bekannt zu geben, dass sie diese Praxis nicht mehr unterstützen. Nun, haben Sie denn Erklärungen, also ich meine, wir reden hier vom Geistern, wir reden von Dingen, die wir Wessler doch sehr schwierig erklären können. Können Sie denn aus psychologischer Sicht ein Muster geben, wie wir an die Sache herankommen? Gut, das ist natürlich in kurzen Worten schwierig, aber ich würde vor allem hier mal ins Zentrum stellen, diese Schutzgottheiten sind ja sehr zornvoller Natur. Und was damit ausgedrückt wird, ist eigentlich die Möglichkeit eines Umganges mit den innereigenen negativen Emotionen. Nicht, dass es also möglich ist, diese zu transformieren und je nach der Stellung, die diese Schutzgottheiten haben, wird auch ausgedrückt, wenn es erleuchtete sind, es ist sogar möglich, diesen Schatten, diesen negativen Seiten, die wir in uns haben, ganz umzuwandeln. Das Problem ist, und das wissen wir ja aus psychologischer Sicht, dass jegliche Beschäftigung mit Unterdrückten und Schattenseiten in uns ausserordentlich schwierig ist und eine grosse geistige Stabilität vonnöten macht, also notwendig macht. Und ich glaube, das Problem ist, diese Praxis gehört ja auch zur Tantra-Praxis, also zur höchsten Stufe der Praxis, sie setzt eigentlich sehr grosse Anforderungen an die Menschen, die es ausüben, weil es eben eine Auseinandersetzung ist mit schwierigen Schattenseiten in sich selber und wenn die Person nicht gereift, nicht genügend stabil ist, kommt es dazu, dass statt, dass man innerlich, wie es eigentlich gedacht ist, mit diesen negativen Seiten umgeht, diese Negativität auf andere projiziert. Und dann kommt es natürlich, dass man die anderen angreift und so wird man gewalttätig. Wir haben es gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt Angst, Polarisierungen, Spaltungstendenzen und ausgelöst wurden sie durch eine Weisung des Dalai Lama. Darum möchten wir nun doch noch explizit auf die Rolle des Dalai Lama in der tibetischen Gesellschaft zu sprechen kommen. Nach unseren westlichen Begriffen müssten wir im Fall des traditionellen Tibet von einem Gottesstaat reden. Für eine buddhistische Gesellschaft ist es wohl angemessener von einer verengen Verbindung oder gar von einer Einheit von geistlicher und weltlicher Macht zu sprechen. Ein kurzer Exkurs in der Geschichte. Der Potala-Palast in der tibetischen Hauptstadt Lhasa. Von hier aus hat der Dalai Lama sein Volk regiert. Der buddhistische Lama ist seit 350 Jahren gleichzeitig geistliches und weltliches Oberhaupt des Landes. 1950 erobert China das Tibet. Neun Jahre später flieht der 14. Dalai Lama nach Indien ins Exil. In Dharamsala bildet er eine Exilregierung und gibt den Exiltibetern die Möglichkeit, ein Parlament zu wählen. Sein Ziel ist eine demokratische Regierung Tibets auf säkularer Basis. Der Dalai Lama kann vom Parlament jederzeit mit einer Zweidrittelsmehrheit als Staatsoberhaupt und Regierungschef abgesetzt werden. Die Verfassung der Exiltibeter erlaubt dies ausdrücklich. Und zwar seit 1960. Anfang der 90er Jahre jedoch streicht das Parlament diese Bestimmung wieder aus der Verfassung. Fühlen sich die Tibeter von der Demokratie überfordert? Herr Gjalzen, das ist ja nicht ganz ohne Tragik, dass sozusagen der Dalai Lama das Volk demokratisieren will und das Volk oder mindestens hier das Parlament diese Demokratisierung eigentlich gar nicht so richtig will. Oder täusche ich mich? Ich glaube, die Frage ist sehr kompliziert zu beantworten. Einmal ist es sicherlich so, dass eine große Mehrheit der Tibeter die Staatsgeschäfte, die Angelegenheit des tibetischen Volkes sehr gut aufbewahrt in den Händen von seiner Heiligkeit des Dalai Lama sieht und deshalb nichts verändern will, keine Veränderung will. Auf der anderen Seite gibt es auch einen politischen Grund. Eine Regierung muss ihre Legitimation von der Zustimmung und Anerkennung des Volkes gewinnen. Nun wird es auch einen politischen Grund.